Die Vorschau der Neustra Schimi 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 Geht hier Verbrauchsmaterialien Und die haben es in sich Denn ihr habt 5 Slots Die ihr alle parallel nutzen könnt Die sind nicht irgendwie abhängig Dass ihr bestimmte Sachen Defensive Flaggefeuer und Reparaturmannschaft Oder so Sachen tauschen könnt Und da habe ich jetzt auch schon eine Sache verraten Die diesen DD ganz besonders macht Denn ihr habt eine Reparaturmannschaft in Flat 4 Und das ist wirklich cool Denn das ist auch nicht mal eine Standard-Reparaturmannschaft Sondern eine die die 1,5% der Gesamtrefferpunkte pro Sekunde wiederherstellen kann, bei 20 Sekunden Aktivität. Das ist also eine gepimpte in dem Bereich. Und ja, da kann man schon sagen, boah, geil. Das wird richtig Spaß machen, weil selbst wenn ihr euch mal verschätzt und auf eine gegnerische Idee auflauft, könnt ihr euch hiermit entsprechend wehren, euch versuchen wieder in Stealth zu bekommen, durch Nebel und wie auch immer. Dann versuchen mit Motorboost eventuell ein bisschen euch Distanz dazwischen zu schaffen und dann drückt ihr Reparaturmannschaft und ihr könnt gegebenenfalls wieder eure Trefferpunkte aufbauen. Das ist schon mal richtig cool. Denn in Slot 1 Schansbegrenzungsteam, in Slot 2 Nebelerzeuger, dann gibt es in Slot 3 defensiv Flakfeuer, in Slot 4 die erwähnte Reparaturmannschaft und in Slot 5 den Motorboost. Und ihr könnt alles parallel, wie gesagt, benutzen. Richtig cool. Eins der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Die Verbrauchsmaterialien haben nicht besonders viele Aufladungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr 3, 4, 5 Aufladungen habt. In der Regel habt ihr bei dem Premium-Modul dann für die Reparaturmannschaft 2, für den Nebelerzeuger 2. Beim defensiven Flakfeuer ist es mehr. Und auch beim Motorboost ist es ja nur mit 2 Einheiten angegeben. Zumindest im Moment. Wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Work in Progress, das heißt, das ist hier noch nicht final. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Dampfer so kommt. Ich glaube, der hat eine ganze Menge Pros und nur relativ wenige Kontras. Und es ist einfach was anderes, als das, was die russischen TDS bis jetzt so auszeichnet, beziehungsweise ausmacht. Es ist irgendwie eine Mischung aus allem so ein bisschen. Und das hat die Russen ja schon immer ausgezeichnet, dass sie Ersatzteile zwischen verschiedenen Sachen ganz schnell hin und her getauscht werden konnten, weil sie doch so einheitlich, relativ einheitlich bauen. Und das kommt jetzt hier auch ins Spiel, könnte man so sagen. Nee, ich bin interessiert an eurer Meinung zu dem Dampfer. Freut euch drauf? Habt ihr Stahl? Würdet ihr Stahl für den Dampfer investieren oder eher nicht? Wie findet ihr allgemein diese Vorschau-Variante, die wir euch hier bieten wollen? Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich natürlich wieder um euren Daumen nach oben, eure Abonnement und Weiterempfehlungen. Und wenn ihr abonniert, dann vergesst die Glocke nicht. Dann bekommt ihr nämlich für jedes Video einen Hinweis, wenn wir euch wieder informieren wollen und können. Und in dem Sinne sage ich danke für eure Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf unserem Kanal. Ciao, ciao. Bis dahin. Immer eine Handbreit. Wasser unterm Kiel. Ciao, ciao. Seacrouds.